Im Folgenden möchte ich Ihnen gerne als weitere Facette einen spezifischen Vulnerabilitätsansatz vorstellen und erläutern. Dabei handelt es sich um die urbane Vulnerabilität. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen haben wir ein Konzept entwickelt, das an den Auswirkungen der komplexen Wechselwirkungen zwischen Urbanisierung und Klimawandel ansetzt und somit die Spezifika des Urbanen bei der Vulnerabilität adressiert. Über das Konzept lassen sich Betroffenheiten in Bezug auf die Auswirkungen von Naturgefahren in Städten verstehen, bewerten und es können Lösungsansätze bzw. Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Urbane Verwundbarkeit, wer oder was ist warum und wie in der Stadt gefährdet bzw. verwundbar? Zu einfach und nicht korrekt wäre es zu sagen, dass per se die Ärmeren oder die Älteren besonders betroffen sind. Wichtig ist es, die sozial-ökologischen Wechselwirkungen zu verstehen. Zudem müssen insbesondere auch die oft historisch bedingten und sehr komplexen Zusammenhänge urbaner Räume berücksichtigt werden, die nämlich die Vulnerabilität im weiteren Sinne strukturieren. Soziale, physische, wirtschaftliche, ökologische, politische, kulturelle Faktoren müssen berücksichtigt werden, wenn es um die Verwundbarkeit von Städten geht. Besonders wichtig ist zudem, dass Vulnerabilitäten sozial differenziert nicht nur zwischen Städten, sondern auch innerhalb einer Stadt auftreten. Das heißt also, dass die Verwundbarkeit räumlich sehr unterschiedlich sein kann, was auf vielfältige Faktoren zurückzuführen ist und die Spezifika von Städten unterstreicht. Dafür muss etwas näher beleuchtet werden, was das spezifisch Urbane der urbanen Vulnerabilität ist. Der Ansatz, den ich Ihnen hier präsentiere, geht von zwei Grundannahmen aus. Und zwar erstens, dass es eine spezifisch urbane Perspektive gibt, hier in der Grafik als Urban Perspective bezeichnet, und zweitens eine Perspektive auf die Wohnlage, hier Residential Perspective, die zusammen entscheidend für die urbane Vulnerabilität sind. Somit wird berücksichtigt, dass die komplexen Urbanisierungsprozesse eine Auswirkung auf die Vulnerabilität haben. Die urbane Perspektive berücksichtigt, dass sich eine Stadt nach sozioökonomischen sowie morphologisch-ökologischen Rahmenbedingungen in sozioökologische Fragmente unterteilen lässt, die eine positive oder negative Voraussetzung für das Auftreten von Gefahren und die Verwundbarkeit der Bevölkerung in einem bestimmten Stadtgebiet sind. Tritt eine Gefahr, zum Beispiel ein Flutereignis auf, dann wird die Verwundbarkeit von Haushalten in bestimmten Wohnlagen innerhalb eines sozioökologischen fragmentierten Gebietes bzw. nicht fragmentierten Gebietes durch die Exposition gegenüber der Gefahr, der Anfälligkeit, hier Susceptibility, und die Bewältigungskapazität, die Coping Capacity, der Bewohner und Bewohnerinnen in Bezug auf eine Gefahr charakterisiert. Dafür wurden Indikatoren und Indizes entwickelt, die diese drei Dimensionen beschreiben. Beide Perspektiven zusammen machen daher die spezifische urbane Vulnerabilität im urbanen System in der Stadt aus. Dabei wird das urbane System selber durch eine Reihe von Einflussfaktoren definiert, wie zum Beispiel ökologische, kulturelle oder historische Faktoren. So wirkt sich zum Beispiel die Verfügbarkeit von ökologischen Ressourcen auf das Wohlbefinden der Stadtbewohner aus. Die zunehmende Versiegelung und der Verlust von Grünflächen steht oft in direktem Zusammenhang mit dem erhöhten Risiko von Überschwemmungen und Hitze, da wichtige Ökosystemfunktionen wie Kühlung und Wasserrückhalt verloren gehen. Der urbanen Verwundbarkeit liegt also ein ganzheitlicher Ansatz zugrunde, der an den strukturellen Grundvoraussetzungen ansetzt. Er betrachtet explizit die urbane Vulnerabilität und nicht die Vulnerabilität in Stehen. Räumlich differenzierte Informationen zur urbanen Vulnerabilität sind eine wichtige Grundvoraussetzung, um Aussagen darüber treffen zu können, warum wer wie tatsächlich betroffen ist und um Maßnahmen zur Anpassung abzuleiten. Weitere Erläuterungen und ein konkretes Beispiel für die Operationalisierung urbaner Vulnerabilität am Beispiel der Metropolregion Santiago de Chile finden Sie im Klimawandel MUC-Klimo wissenschaftliche Grundlagen Einheit 3 Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft und zwar in der Lektion 10 Klimawandel und Stadt. Dort wird Ihnen auch erläutert, wie auf der Basis von Analysen urbaner Vulnerabilität Handlungsempfehlungen zur Anpassung und zur Resilienz abgeleitet werden können. Kollegin Krellenberg erläuterte das Konzept der urbanen Vulnerabilität, also einer Vulnerabilität aus dem sozialwissenschaftlichen Kontext. Im Folgenden möchte ich jetzt verschiedene Aspekte aus einer Ingenieurs- und naturwissenschaftlichen Sichtweise auf die Vulnerabilität darlegen. Nach einer theoretischen Einbettung wird der grundlegende Ansatz anhand eines Beispiels einer physischen Vulnerabilität gegenüber gravitativen Massenbewegungen gegeben. Es wird anschließend hervorgehoben, dass sich die Vulnerabilitäten natürlich auch dynamisch in Zeit und Raum ändern können und aus den verschiedenen Facetten der Vulnerabilität werden abschließend vier Dimensionen eben der Vulnerabilität abgeleitet und in einem Interview mit Privatdozent Dr. Sven Fuchs bewertet. Zuerst wird nochmals der Bezug zur Einführung dieses Muck gegeben. Ich hatte verdeutlicht, dass sich das Naturrisiko unter anderem determiniert durch die einwirkende Naturgefahr, auf der linken Seite dargestellt, und die Konsequenzen auf der rechten Seite bestimmt durch die exponierten oder betroffenen Risikoelemente, also zum Beispiel die Gebäude, Verkehrswege oder wir Menschen, und deren jeweiligen Vulnerabilität gegenüber eben der entsprechenden Naturgefahr. Und dies ist schematisch in der eingeblendeten Grafik dargestellt. Der Vulnerabilität kommt also eine zentrale Rolle bei den möglichen oder realen Konsequenzen zu. Und dies sei kurz an einem Beispiel zu den Auswirkungen auf ein Gebäude durch verschiedene gravitative Massenbewegungen mit unterschiedlicher Intensität und der sich daraus ändernden Vulnerabilität erläutert. In dieser schematischen Darstellung sind drei verschiedene Typen gravitative Massenbewegungen präsentiert. Oben in A eine Rutschung, in der Mitte mit B eine Mure und unten in C ein Felssturz. Das Risikoelement, in diesem Fall ein mehrstöckiges Gebäude mit einem bestimmten Schadenspotenzial, bleibt immer gleich. Der potenzielle Schaden nimmt mit der jeweiligen Prozessintensität immer weiter zu. In der Abbildung A und B mit 1, 2 und 3 dargestellt, im Beispiel des Felssturzes durch die Distanz zum Quellgebiet repräsentiert. Die Vulnerabilität des gleichen Risikoelements nimmt mit der Prozessintensität folglich stark zu. Von 1, leichter Betroffenheit, 2, mittlerer bis großer Schaden und 3, Totalschaden. Überträgt man dieses Schema auf die real durch Muren verursachte Naturkatastrophe vom 29. Juni 2022 in Ariach in Kärnten, Österreich. So kann man in der eingeblendeten Fotografie sehr gut die Murablagerungen erkennen, gleichzeitig aber ein betroffenes Haus sehen, das zwar nicht total zerstört wurde, aber doch ein großer Schaden entstand. Das Konzept der Vulnerabilität kann also sehr gut übertragen werden. Es ist zu betonen, dass die Situationen nicht statisch und fix sind. Selbstverständlich verändert sich jedes System auch in Raum und Zeit. Und nochmals auf die eingangs gezeigte Grafik zurückzukommen, die Komponenten der Gefahr kann sich verändern, die Risikoelemente können sich verändern, die Vulnerabilität kann sich verändern und damit unterliegt, unterliegt auch das Risiko einer kontinuierlichen Veränderung. Und dies ist in der Grafik als Szenario gekennzeichnet. Und ich argumentiere hier nicht, dass es immer schlimmer wird. Man kann zum Beispiel auch expositionsmindernde Maßnahmen ergreifen, damit Risikoelemente nicht mehr so stark betroffen sind. Oder man kann zum Beispiel Gebäudeöffnungen gegen Hochwasser schützen. Das Gebäude bleibt, aber die Vulnerabilität sinkt gegenüber dem gleichen Prozess. Mir ist an dieser Grafik nur wichtig zu betonen, dass sich alle Komponenten, die das Risiko bestimmen, wandeln können. So eben auch die Vulnerabilität. Zusammenfassend kann man die verschiedenen Facetten der Vulnerabilität in vier zentrale Dimensionen verstehen. Diese vier Dimensionen gehen auf langjährige Forschungsarbeiten von vielen Wissenschaftlerinnen zurück. Zum Beispiel Prof. Jörn Birkmann aus Stuttgart, Prof. Jürgen Weichsegartner aus Berlin, Prof. Alexander Fekete aus Köln, Prof. David Alexander, Ben Wissner, Elon Kellmann, alle aus London oder Prof. Blakey, um nur einige zu nennen. In den letzten Jahren trugen die Kollegen Sven Fuchs und Thomas Thaler von der BOKU, der Universität für Bodenkultur in Wien, die aktuellen Erkenntnisse zur Vulnerabilität zusammen und veröffentlichen diverse Beiträge in dem lesenswerten, 2018 erschienenen Buch Vulnerability and Resilience to Natural Hazards. Nach Fuchs und Thaler kann man die folgenden vier Dimensionen der Vulnerabilität unterscheiden. Die physische Vulnerabilität. Dies betrifft alle Aspekte der Exponiertheit von Risikoelementen wie Gebäude, Infrastruktur oder Menschen gegenüber einer bestimmten Naturgefahr. Die ökonomische Vulnerabilität. Dies beinhaltet alle Aspekte der direkten und indirekten ökonomischen Auswirkungen, die eine Naturgefahr potenziell oder real hat, sei es auf Individuen, auf Gruppen, auf ganze Gesellschaften oder auf Firmen, verursacht zum Beispiel durch Betriebsausfälle. Die soziale Vulnerabilität. Hierunter fallen alle Aspekte, die eine Gesellschaft definieren, also die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, das Geschlecht, die Bildung, die Gesundheit etc. Sowie final, die institutionelle Vulnerabilität, die bestimmt ist durch alle Aspekte der Organisationsform und des Organisationsgrads der betroffenen Institutionen, wie beispielsweise die Behörden, aber auch die Struktur und die Absicherungen durch Versicherungen. Wenn man Vulnerabilitäten bei Naturgefahren und Naturkatastrophen bearbeitet, ist es sehr hilfreich, die zu untersuchenden Dimensionen im Hinterkopf zu behalten. Und es freut mich jetzt sehr, dass wir Dr. Sven Fuchs für ein Interview gewinnen konnten, der uns seinen Zugang zu dem Konzept der vier Dimensionen der Vulnerabilität einordnet. Ich freue mich ganz besonders, heute meinen Kollegen Dr. Sven Fuchs bei uns begrüßen zu dürfen. Dr. Fuchs ist am Institut für Alpinia Naturgefahren an der BOKO hier in Wien beschäftigt. Dr. Fuchs, Sie haben ja die verschiedenen Konzepte und Dimensionen der Vulnerabilität entwickelt. Können Sie mal erläutern, wie es dazu gekommen ist. Ich habe einfach festgestellt, wenn wir uns die Naturgefahren zum Beispiel in Österreich anschauen, dass nicht alles immer nur der monetäre Schaden ist. Und auf der anderen Seite ist ja in der Forschung schon relativ lang eigentlich ein sozialwissenschaftlicher Fokus auf die Verwundbarkeit, wie es damals noch geheißen hat, mit Erklärungsbildern, die auch bei uns in Mitteleuropa vielleicht nicht immer so passen. Und dann war die nächste Folge, wenn wir uns die Schäden anschauen, dass wir eigentlich auch die Schadenanfälligkeit ausdifferenzieren müssen. Und wie sind Sie dann auf diese vier Dimensionen gekommen, die Sie ja charakterisieren? Das liegt ganz einfach an den eigenen Forschungen, dass ich mich sehr viel mit der Schadenanfälligkeit von Bauwerken beschäftigt habe. Das ist mir praktisch die physische Dimension. Auf der anderen Seite haben wir dann eine ökonomische Dimension, wenn wir eben an Schadenkompensation denken, etc. bis hin zu Versicherungen. Selbstverständlich haben wir auch eine soziale Dimension, die aber eben ein wenig anders gelagert ist als vielleicht in der globalen Sichtweise. Und dem übergeordnet sind ja die Institutionen, das sind die Regeln, die Normen, die Gesetzesvorgaben, das ist eben die institutionelle Dimension. Und so kommt man im Grunde genommen dann zu einer Vierteilung. Wir könnten eine fünfte Dimension, die ökologische Vulnerabilität natürlich noch dazu nehmen. Jetzt haben Sie schon die fünfte Dimension angesprochen und Sie haben gerade auch schon erläutert, dass das ja eine gewisse Entwicklungsgeschichte hat, dass das auch eingebettet ist in Ihre Forschung. Wo sehen Sie jetzt denn momentan diesen Vorschlag, das Konzept dieser vier Dimensionen? Sehen Sie, dass das immer noch gut passt für das, was wir ja auch beobachten können, auch in unserer Umwelt, in den Veränderungen? Oder würden Sie sagen, in den letzten Jahren gibt es auch neue Aspekte, die man vielleicht auch einfließen lassen sollte in diese vier Dimensionen der Vulnerabilität? Aus meiner Sicht ist die institutionelle Dimension eine, die immer wichtiger wird, weil letztlich unsere Gesetze, unsere Regeln, die wir als Gesellschaft ja aufstellen, darüber entscheiden, wie mit Schäden umgegangen wird, also mit anderen Dimensionen der Vulnerabilität. Ich kann mich als Staat zum Beispiel dafür entscheiden, in die Bildung zu investieren, dann hätten die Universitäten mehr Geld, dann könnten wir den Betroffenen mehr Wissen vielleicht auch mitgeben, wie sie sich schützen können. Ich könnte in Versicherungen investieren, indem ich eine gesetzliche Vorgabe mache, eine obligatorische Gebäudeversicherung einzuführen und damit im Prinzip dann die soziale oder auch ökonomische Vulnerabilität einzelner Betroffener zu verringern. Also diese institutionelle Dimension, denke ich, wird immer wichtiger, auch in einer Gesellschaft, die letztlich ja von ganz unterschiedlichen Regeln auch gesteuert wird. Und lassen Sie mich gerade im Kontext von Naturgefahren einen Aspekt noch ausgreifen, nämlich dem Klimawandel. Da wird ja sehr stark debattiert. Würden Sie sehen, dass hier durch den Klimawandel neue Aspekte in die verschiedenen Dimensionen der Vulnerabilität hineinkommen, die man auch vielleicht nochmal explizit machen müsste? Oder würden Sie eher argumentieren, dass Sie sagen, na eigentlich ist Klimawandel ein Aspekt ja von vielen Regeln. Und das ist schon sehr gut abgebildet in diesem bisherigen Konzept. Da muss ich vielleicht ein wenig ausholen, wenn der Umgang mit Naturgefahren gerade in Österreich beruht auf einem sehr statischen Konzept, einer Eintretenswahrscheinlichkeit, einer Prozessgröße, die dann unter Umständen zu Schäden führt. Verändernde Rahmenbedingungen verändern letztlich eben die Prozessgröße, die Eintretenswahrscheinlichkeit und damit natürlich indirekt auch die Schadenanfälligkeit. Und das ist sicher ein Aspekt, der in Zukunft wichtig wird, gerade im Hinblick auf lokalen Objektschutz, gerade im Hinblick auf intelligente Gebäudeausstattung etc. Angepasstes Bauen. Genauso wie wir Klimawandel angepasst bauen können, können wir Naturgefahren angepasst bauen. Aber wenn ich nachfragen darf, die Konzepte oder das Konzept, das ja entwickelt wurde, das trägt es schon, oder? Es sind verschiedene inhaltliche, innerliche Schwerpunkte, die man dann setzen muss, aber das Konzept an sich ist ja schon noch tragfähig. Das Konzept der Vulnerabilität, der Schadenanfälligkeit mit den vier bis fünf Säulen ist ein sehr zentrales Konzept in der Risikobeurteilung und absolut tragfähiger. Und jetzt erlauben Sie mir bitte noch eine weitere Frage, die noch ein bisschen über diese Vulnerabilität hinausgeht. Oder schauen wir mal, ob es darüber hinausgeht. Sie haben ja gesagt, Verwundbarkeit war früher der Begriff, jetzt ist das große Thema der Vulnerabilität. Aber es gibt ja auch den Begriff der Resilienz. Und es gibt ja auch hier Aussagen, die so formulieren, dass Sie sagen, eigentlich ist ja die Resilienz die Kehrseite der Vulnerabilität. Wie sehen Sie das dann? Ist auch dieses Konzept der Vierdimensionen der Vulnerabilität, ist das auch in der Resilienz zu sehen oder zu adaptieren? Oder wie kann man hier diesen Bezug herstellen? Es gibt in Bezug auf die Resilienz natürlich unterschiedliche Definitionen. Aus meiner Sicht können wir operationell natürlich sagen, Resilienz ist eins minus Vulnerabilität und damit wäre Resilienz der Gegenspieler. Und wir haben auch kürzlich in dem Buch gezeigt, dass eben Vulnerabilität und Resilienz physisch, sozial, ökonomisch und institutionell gedacht werden kann. Aber ganz klar ist es auch nur ein Aspekt der Resilienz. Aber gerade wenn wir zum Beispiel Richtung Gebäudeschaden denken und Verhinderung von Schäden, dann kann ich natürlich Naturgefahren angepasst bauen und so ein resilientes Gebäude schaffen. Also das geht schon, ja. Und ich kann dann sagen, die Gesellschaft ist resilienter gegenüber potenziellen Schäden. Ich kann, wenn ich eine Versicherung habe, für mich selber eine ökonomische Resilienz haben. Und auch wenn wir an Gesetze oder Regelungen oder Normen denken, dann wäre es natürlich möglich, das noch in eine Richtung zu formulieren, die eben die Vulnerabilität verringert oder die Resilienz erhöht. Und schlussendlich, gerade vom Wording her, ja, Schadenanfälligkeit, Vulnerabilität, das klingt immer so negativ. Und wenn wir das Ganze positiv ausdrücken wollen, können wir natürlich sagen, ja, wir wollen resilienter werden. Wir wollen mehr aushalten. Und das kann ich physisch basiert tun, das kann ich sozial basiert tun, durch die angesprochene Bildung. Das kann ich auf dem ökonomischen Sektor tun, durch Versicherungslösungen oder auch im Bereich der Institutionen, ja. Ob ich jetzt Gesetze schaffe, Normen ändere, andere Regeln, sei mal dahingestellt. Jetzt bearbeiten wir auch das Katastrophenmanagement. Und im Katastrophenmanagement sind ja gerade die Bewältigungsstrategien sehr wichtig, aber auch die Anpassungsstrategien, gerade im Sinne eines präventiven Katastrophenmanagements. Und was für eine Rolle spielt denn hier die Vulnerabilität und Resilienz für die Bewältigung, aber auch für die potenzielle Anpassung und die Strategien, die man entsprechend dafür entwickeln muss? Die Vulnerabilität oder auch die Resilienz sind im Katastrophenmanagement ganz zentral, weil das eigentlich im Grunde genommen die Schrauben sind, an denen ich heute drehen kann. Wenn wir uns den Risikobegriff anschauen, ich habe die Prozessseite, ich habe die Frage der Exposition, also ob jetzt Gebäude, Straßen, Personen eben im Einflussbereich von Prozessen lokalisiert sind. Und die Vulnerabilität oder eben die Resilienz, die entscheidet dann über die Höhe des Schadens, selbst Schadenausmaß. Das heißt, das ist die entscheidende Schraube, wenn ich jetzt ans Katastrophenmanagement denke, wo ich vor einem Ereignis, während einem Ereignis, aber auch nach einem Ereignis natürlich sehr, sehr viel Einfluss nehmen kann. Okay. Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Die von Kollegin Krellenberg im vorherigen Video und mir präsentierten Aspekte zur Vulnerabilität sind natürlich nur einige Facetten der Vulnerabilität bei Naturgefahren, Naturrisiken und Naturkatastrophen. Es gibt natürlich noch viel mehr Bezüge. Trotzdem ist dies ein guter Einstieg in die verschiedenen Zugänge. Mal wieder. Das ist ein guter Einzel vivende. Untertitelung des ZDF, 2020